so hallo leute willkommen zu der nächsten folge und zwar ja heute hoffentlich finde ich noch mal die erste der boots denn ich hätte gern wirklich auf jedes tag dort und das wäre schon doch schon ein träumchen für mich habe jetzt gar gerade gar kein bar mehr wo ich jetzt schon alles war weil ich mir das einfach nicht merken kann gerade was schon gemacht haben was nicht denke es wird darauf hinauslaufen dass ich das schock meinen werde ich denke darauf wird es halt wirklich wieder hinauslaufen und mir leid weil das ist echt kacken dreist langweilig so aber zuerst fahr mich ein bisschen kies weil ich ein paar treibungen habe und da blieb ich auch ein paar pfeile so Das war's für heute. Ich hab einfach noch ein bisschen mehr, falls schon auch Federn bekommen. Was auch wahrscheinlich eh der Fall sein wird. Ok, ja. Passt schon so. Ah, fuck. Ding macht ein Update. Steam hab ich grad schnell pausiert. Wer merkt, ich hab ne leichte Verzögerung gehabt beim Bauen. Minimale. Das fuckt mich halt schon ab. Uff, ich kann ja gar keine Dings machen. Gar keine Sticks. Das heißt, ich muss spätestens nach der Folge eh hoch. Weil die Pickel ja die letzte Pickel ist, die ich hab. Und das wäre halt schon ziemlich blöd, wenn ich deswegen nicht mehr nach oben kommen würde. Das war jetzt einfach ab. Ok, lol. Das sind Gold, will ich auf jeden Fall eigentlich noch finden. 5 Gaps. Das ist doch nicht so die krase Sache. Ah, unterhalt am besten noch. Jawoll, perfekt. Das ist halt echt vom Ding her schon ein bisschen aufwändiger, so das zu machen. Aber ich hab halt keinen Bock auch noch mal Brotsch zu bekommen. Obwohl, wenn ich jetzt kein Dings finde, ich find's jetzt auch nicht so schlimm, dass ich Brotsch auf den Schuhen hab. Das ich Fulldie bin, ist schon mal das Wichtigste. Ich hätt halt echt gern ein bisschen mehr Gold. Vielen Dank. Dann will ich nicht mehr farmen, weil ich einfach safe gehen will, dass die Picke nicht broke geht. Weiß noch nicht, kann sein, dass ich dann nochmal farmen gehe, wo ich da eigentlich echt gar keinen Bock drauf habe. Ja, komm, Dias, das wäre jetzt echt nochmal geil. Oder Gold wenigstens, aber ich finde ja, wie denn, ich finde halt beim Streetman irgendwie hier gar nichts. Da ich will mich schwer, wir sind full hier, aber mit meinem einen Gab, den ich habe, habe ich dann sechs Stück. Ist ja nicht heiß, also, das ist halt jetzt auch nichts krasses. Sechs Claps ist nichts Besonderes. Da muss ich halt mit Pfeil auf jeden Fall ziemlich aufpassen, wenn ich gegen ein Zweierteam ran muss oder so. Ich brauche da eigentlich schon noch mehr Healing. Aber ich finde halt auch kein Gold, ne? Ich finde ja sehr viel leads one. Das war's für heute. Wie gesagt, meine Rüstung, wenn ich die jetzt, was weiß ich, V2 bis V3 komplett Full habe, dann ist sie schon mal sehr gut für 1,7 auf jeden Fall. Aber ich kann da auf jeden Fall noch mehr rausholen. Ich weiß ja bloß nicht, ob ich nächste Folge fighten will. Ich muss erst mal gucken, wer so Solo noch ist. Ich weiß ja bloß. 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 Soll. Bisschen viel Dinger direkt bekommen. Also ich hab mir echt erwartet, dass ich wenigstens noch mal Gold finde, aber das ist echt lächerlich. Ich weiß ja bloß nicht. 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 Es ist hier noch Gold, aber ich glaube wir sind hier zu. Ja, hier ist zu hoch für Gold. so okay ich habe keinen plan wo ich bin ich war mal an einem sumpf ja fahre mich einfach die folge die äpfel jetzt die tage gar keine gespielt hat langsam als ich habe keinen coolen mit jungen 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 so dann kommt wieder mein lieblingsteil das liebe ich ja wirklich immer wieder diese super tolle denkmal wenn ich die gaps habe gehe ich in den netter und dann einfach noch wirklich noch bessere rüstungen und alles noch zu machen und dann geht es an die frischluft sechs gaps müssen für einen 1v1 gegen jemanden vielleicht reichen vielleicht hat der typ ja dann auch nicht so gute sachen was mir gerade in die karten spielt ist dass die ab für drop rate ziemlich hoch glaube ich ist das ist schon mal ziemlich gut da man auf dem server leider nie genau weiß wie lange jetzt eine folge geht von einem machen mache ich lieber ich gleich laseisen mit anstatt das ist noch fertig zu lassen weil so lange habe ich auf keinen fall mehr zeit irgendwann wird man nur bei 17 minuten gegen kick manchmal bei 15 das ist ja echt ziemlich komisch das war es in der folge bis dann ciao 6 6 7 9 13